Warum liegt sie da? Ich hatte sie versucht zu fragen, sie hat nicht geantwortet. Ich habe dieselben Fragen gestellt, Papo. Ja, 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 kann ja sein. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Das ist natürlich... Ach, Mann. Kannst du nicht drauf kommen. Aber es leben zwei Leute. Von den zwei Leuten muss einer Imposter sein. Und der andere, der einzige andere, ist einfach mehr. Von allen Rollen, die es gab. Okay, wir haben schon mal einen Angie. Und Camo. Der Save-Report im Endgame war jetzt gar nicht das Problem. Weil 2-2 wäre dann ausgeglichen gewesen. Wir hätten die nächste Runde gehabt. Die hätten uns ja nicht killen können. Also, außer der Meier. Ja. Ja. Das ist auch schon mal gut. Blesk und Sakuri. Ähm. Ich war das nicht. Ich auch nicht. Franzi war es auch nicht. Moment, Chantau habe ich eben noch gesehen. Ja, komisch. Franzi. Franzi. Ähm. Das tut mir jetzt gar nicht leid, aber das ist halt ein Baitkill, ne? Äh, äh, Gipi hat Bait gekillt und Franzi hat Repolt. Absolut insane. Okay, danke. Ähm. 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 Ja, also weiß er nicht. Also, Gipi kam halt Franzi mir entgegen und da liegt halt Chantau. Aber ich hab ihn nicht killen sehen. Ich will jetzt keine Anschuldigung machen, aber ich will den Gipi beschuldigen, weil er im Gap Room saust, als ob er aus dem Wend gekommen sei. Also, ich hab nicht gesehen, dass er gewendet ist oder so. Du meinst, als ich auf dem Wend ein Ass gemacht habe? Äh. Das ist noch viel Geschlechter ausgedrückt. Zu viele Infos, zu viele Infos. Informationsfluss zurückhalten. Was? Scheiße. Ja, das ist... Dorito, es gibt hier Tars, die muss man auf, wenn's machen. Da macht man den Wend auf. Genau, es gibt... Dann holen wir eine Pizza raus. Genau. Chantau liegt in Records, by the way. Wurde noch nicht gesagt, glaube ich. Ja, da war ich gerade eben auch mit ihm noch. Ja, für die anderen. Ich bin froh, dass Chantau tut es. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es ein Self-Report war. Oh, in... Das war auch nicht, weil ich mit Franzi unterwegs war, dann hätte die von mir killen müssen, aber der lag schon da. Das ist richtig. Records, wo ich's denn da? Ich wollte das Franzi nicht wieder als erstes Stück, deswegen habe ich mich an ihren... Ja. Ja, das habe ich gemerkt. Verstehe ich. Ja, sehr nett. Aber du darfst mich auch killen. Also jetzt nochmal ganz kurz zu Franzi. Warum hast du die Leiche beim Umfallen reportet? Ja, damit ich sie noch auffangen kann und sie nicht auf den Boden fällt. Oh. Mir tat das so leid und dann... Ja. Weißt du, was komisch ist, Franzi? Was denn? Ich bin ja in den Showers und die Tür zu Records ging zu und danach kam der Report. Wie bist du da reingekommen? Von rechts. Du standst also direkt an der Tür? Hä? Ne, wir sind durch die Tür gegangen und dann ist sie zugegangen. Achso, ihr wart schon drin. Okay, ihr wart schon drin, als die Tür zugegangen. Ja, okay. Ich glaube, wir konnten's beide nicht fassen halt. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich kann's nicht fassen. Swapperino! Was ist denn? Hallo! Ebergeister holt direkt zu seinem Notizblock raus, ob ihr die... Swapper, Engie. Das ist die Frage. Ja, du. Swapper, Engie ist schon mal gut. Potenziell. Zakuri und Vlesk hat man gesehen. Der Engie ist einer, den du die ganze Zeit nicht siehst. Franzi ist nicht der Engie. Vlesk und Zakuri sind nicht Engie. Julie ist nicht Engie. Lumenti ist nicht... Oh, das wird gut. Da wird gleich abgehakt. Komm, zeig mir nochmal einen Vent. Ja, der ist immer noch drin. Zakuri ist nicht Engie. Terz ist nicht Engie. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mein Gott sporst eine reine. tricks. Tut mieux. Tut gut. Tut... Tut gut. Nein, Franzi. Oi, oi, Käpt'n. Oder Franzis tot? Es tut mir ein bisschen leid, ich hatte noch meine Ausweisnummer eingegeben, bevor ich sie reportet habe. Also die liegt da schon. Die liegt oben am Button. Warum liegt sie da? Ich hatte sie versucht zu fragen, sie hat nicht geantwortet. Ich habe dieselben Fragen gestellt, Papo. Wer war's, habe ich auch gefragt. Man muss mir gefühlt sein, glaube ich. Okay, mal, wir müssen es in eins. Das mit dem, wer war's, habe ich gar nicht gehört. Da muss ich in sie hineinversetzen können, weißt du? Es ging irgendwie in einem Ort rein und der war dann wieder raus. Jetzt einfach nicht beantwortet. Wie die Kugel ist das? Ähm, aber vielleicht könnte jemand die Frage beantworten. Welche? Ähm, wer alles vor mir die Leiter hochgeklettert ist. Das kann ich dir nicht sagen, ich bin runtergeklettert. Nein, ich werde auch nicht. Also bist du vor mir die Leiter hochgeklettert. Nee, ich bin runtergeklettert. Ja, Mann, du musst, um runter zu klettern, auch hochgeklettert sein. Das habe ich nicht gesehen. Nicht jeder, der immer mal vor dir hochgeklettert hat. Ich bin halt bei Elektriker. Moment, wie lange ging denn die Runde, dass da jeder mal hochgeklettert ist? Oder welche Leiter, warte mal, welche Leiter meinst du? Ich stehe leider zum Button. Nee, da war ich nicht. Aber bei der Elektriker Leiter. Also Franzi, du bist doch gerade in die Richtung gelaufen da, ne? Ja. Sehr gut. Genau. Perfekt. Also ich stehe an der Spool-Task und ich habe aus Versehen vorgespult, obwohl ich hätte zurückspulen müssen. Dementsprechend stehe ich da schon ein bisschen länger jetzt. Er bat, Vlesk und ich standen. Ich glaube, Lunatic hat nicht gemerkt, dass sie gemurlt ist. Äh, unser Kuh. Oh, sorry. Die wurde vielleicht gesilandt. Ja, sorry, ich wurde gesilandt. Ich war im Cockpit. Nee, ich stand ja mit dir am Steuerknüppel, habe den da eingestellt und wollte gerade zum Alarm gehen. Mit wem standst du da? Mit Terz. Mit Terz. Und dann kam noch jemand von Weapons unten. Wer war das? Terz ist durch mich durchgelaufen, als ich durch Armory durch bin. Das ist richtig, Vlesk ist auch down. Also der ist raus. Mit wem, Terz, mit wem bist du denn in Weapons durchgelaufen? Ich war da. Ja. Das war Vlesk. Das war Hongkog, oder? Aber wo warst du denn? Ja, ich weiß nicht, warum. Also ich habe ein Problem gerade technische, aber ja. Okay, also der Engie ist hoffentlich noch drin. Und das muss Burrito oder Papo sein. Das ist schon mal gut. Jeff? Jeff ist der Engie. Gut, damit hat sich meine Frage ja instant erledigt. Das ging ja, das ging einfach. Der Wind ist blau geworden, als er reingegangen ist. Er wird nicht Jakar sein. Genau, also kann sein. Vielleicht wieder unglaubliches Bad Timing. Er ist in den Wind geschwunden. Der Wind wurde blau. Und jetzt hat er auch gefixt. Also der Engie lebt auf jeden Fall noch. Also ich weiß, wie es aussieht. Ich war es aber wirklich nicht. Ich kam da gerade erst hoch. Nein. Ach, und Lass auf hoch. Ich war das wirklich nicht. Wir kamen aber ein schwarzer Blob entgegen. Ich kam aus... Zu Blaz kann ich was sagen, wenn ihr wollt. Ich möchte was zu Blaz gehören. Lass dir Zeit. Okay, also. Aber fang schön an. Es war ein schöner Tag. Ungefähr so wie heute. Es ist hier so angenehm. 15, 20 Grad. Blaz und ich haben... Blaz und ich haben uns einen Balkon gestellt. Ein paar Sachen geübt. Ihr kennt ihr, deutsches Internet. Hat ein bisschen länger gedauert, ne? Ah, kacke. Als ich dann irgendwann fertig war, weil ich zwischendurch auch einen Disconnect hatte, bin ich nach rechts gelaufen, wo Sakuri immer noch an ihrer Recorder-Past war. Oh, Sakuri. Und jetzt kommt der Plot-Twist der Story. Blaz glack genau neben Sakuri. Tot und kalt. Der halbe Körper verwesen, Sakuri. Das glaube ich nicht. Hat Sakuri nicht gemerkt? Ne. Weiß ich nicht. Anscheinend nicht. Sie ist so beschäftigt, wie wir diesen Film zu gucken. Ey, ich habe zurückgespult. Dann habe ich zu weit zurückgespult, weil ich einmal ganz kurz nicht aufgepasst habe. Dann musste ich wieder stoppen. Dann musste ich wieder hervorrufen. Weil du Blast zwischendurch getötet hast. Und er ist geranged-quittet. Jetzt ist er sauer auf jeden Fall. Nee, es ist so schlimm. Wer war's? Also, Blast glack auf jeden Fall bei Recorder. Unser Kurier war direkt an den Weg. Ja, also das finde ich sehr dreist, wenn das mir jetzt unter die vier hier, ne? Also, wenn mir das jetzt... Denken wir kurz unseren Blick auf Franzi, die sie davon erleichtert hat. Nein, 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 nein. Ja, aber es ist doch nice, wenn wir zwei Killer haben. Nein, es war wirklich... Also, ich habe wirklich nicht getötet da oben. Ich bin durch... Ich bin aus der Dusche gekommen. Dann bin ich diesen Gang lang. Dann ging Carmo an. Dann ist mir ein schwarzer Blob entgegengekommen. Ich bin nach oben gegangen. Und da lag die Leiche auf dem Wend. Ich sah, ich will... Ja, aber warum hast du eigentlich die Worte? Weil ich aufgeregt war. Nie! Ja, komm! Du bist nur um 35, Franzi. Weil ich nicht aufgeregt war. Ja, okay, aber Sakuri hat auch gekebt. Sakuri und Franzi. Nee, ich habe leider echt... Also, es war echt so langweilig, wie gerade gesagt. Triff deine Wahl. Wer zuerst? Nein, ich war es. Triff deine Wahl. Okay, Franzi, was hast du jetzt gevotet? Franzi, was hast du? Hast du was richtig gevotet? Ah, du willst deine eigene Haut retten. Ich gehe auf Sakuri und swappe die beiden. Ich habe nicht geswappt. Ey, der Swapper ist so mit Sakuri und Franzi. Das wäre cool. Jeff ist ja auch cool. Triff deine Wahl. Ich war das nicht. Gut, dann behalte ich es für mich. Es kann auch Bart gewesen sein. Sie ist Jester, oder? Halt Jesus, bitte. Es waren so viele... So geht es mir auch immer, Chris. Es waren echt viele Votes. ...dass deine Stimme so tief und wohlgelegend ist. Ja, ich will mich nicht anstrengen. Oh, es tut mir leid. 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 Ich hab nichts gemacht. Gipi, wie viele Leute hast du gekillt? In der ersten Runde kreulich, dass der junge Mann wendet. Ja, und wir haben die Leiche hinter ihm gefunden, aber ja. Hattest du schon in den Hosen gekappt, als du in der gekommen bist? Ich hab mich nur noch mal umgeguckt, ob hier noch jemand ist. Wart war es, Nitsch, aber war noch nicht fertig. Ich hatte schon Angst. Ich hab unter so einer Ecke gelauert, dass er rumgucken muss, um zu sehen, wer es ist. Und dann hab ich das Messer bereitgehalten. Wer hat denn Jeff gekillt auf dem Wend? War das Dalo? Das Problem war, das war das, warum ich auch nicht wegwenden konnte. Ganz am Anfang, der Wend war durchgehend blau, die ersten zwei Runde. Ja, nur. Und irgendwann hab ich gesehen, wie Jeff in den Wend gesprungen ist. Und dann dachte ich, jetzt hab ich ihn. Ach so, ich hätte aufs Meeting gewartet. Ich war schon bereit. Und dann war er leider tot. Ja, ich war in der ersten Runde nur im Wind. Aber, Jeff, weißt du, was daran das Problem war oder was das Gefährliche war? Ich hab, als der Wend blau war, alle Leute abgehakt, die ich gesehen hab. Ich bin nur übers Schiff gelaufen und hab gesehen, okay, Sakuri. Am Ende blieben nicht mehr viele über. Ja, aber bei der Map ist es ein bisschen schwieriger, alle abzuhaken. Naja, aber irgendwann siehst du's ja. Wenn der Wend blau ist, wenn der Wend blau ist, ist da jemand drin? Denn nur der Wend blau ist, dann weißt du, was der Angie drin ist. Nur der Wend blau ist. Nur der Wend blau ist. Untertitelung des ZDF, 2020